hallo und herzlich willkommen zur weiteren zu einer weiteren folge minecraft das letzte mal haben ja nicht ganz so viel gemacht weil es mir zu dem zeitpunkt noch nicht ganz gut ging das einzigste was wir ja gemacht hatten wir hier das dach so ein bisschen schon mal drauf gebaut eisen habe ich gefahren bestimmt wir haben genau haben noch drei diamanten gefunden ich glaube ansonsten haben wir eigentlich nichts weiter gemacht großartig ja eigentlich nicht doch hier hinten das hält haben wir noch angebaut genau das haben wir noch gemacht ja wie gesagt wir haben angefangen jedes dach drauf zu bauen und ja aber ich habe jetzt erst mal vorwärts machen eben kurz das inventar leer und zieh mal wieder am baum an ich will jetzt eben nur mal kurz schnell die noch ein bisschen essen fahren ich habe mir jetzt auch nachdem mir mal wieder eingefallen ist dass ich ja mal irgendwie so eine app auf dem tablette wo man als zweites bildschirm benutzen kann habe ich mir jetzt wieder heruntergeladen die nennt sich space desk du müsst ja aus handy oder tablet jeweils ein diese app drauf ziehen und das tablet dann am besten per usb verbinden daher dann beständige verbindung habt und das tablet geht jetzt auch da nicht leer oder so also nicht so schnell das kann ich jetzt die ganze zeit gucken wie das da aufnahme mäßig da alles läuft ist wirklich so leise jedes mal sollte ja eigentlich gehen für euch ja da kann ich jetzt auch gucken die ganze zeit ob die aufnahme läuft aber mir wieder encoder fehler so um die ohren schmeißt sowas ist nicht ganz gut so ist so ein bisschen so wenn man die ganze dem augenwinkel da sich ein bild bewegen sieht bisschen bisschen ungewohnt das lenkt einen ganz schön ab alles andere sache wo ich mich dran gewöhnen ja so aber auch noch eine sache wo ich mich dran gewöhnen werde ich hatte ja schon wie angekündigt hatte ich ja werde ich jetzt das wochenende ein bisschen mehr aufnehmen dass ich nächste woche ein bisschen noch puffer habe an videos und ja genau das ist jetzt so der plan fürs wochenende nur morgen früh bin ich noch mal kurz unterwegs habe ich noch ein bisschen was zu erledigen als morgens samstag ja da bin ich aber unterwegs und dann muss ich nachmittag noch mal ein bisschen rasen mähen aber dann werde ich gucke ich morgen abend dann noch ein bisschen was aufnehmen ich werde gucken dass ich heute schon mal soweit vielleicht ein bisschen auf dem gta aufnehmen das muss ich halt immer gucken das ist halt ein ganz schönes bisschen zeit dass ich halt hier nicht so viel speicher hat das speicherplatz habe ist ein bisschen scheiße da ich dann dadurch halt genau das ist schon mal spannend was läuft nämlich ziemlich schnell der speicherplatz voll und da muss ich immer ein bisschen gucken dass ich zwischendurch mal schon ein paar videos hochladen beziehungsweise schon mal zusammenschneide dass es nur eine datei gibt und ja dass die halt alle nicht so nicht so dateien fressen sind beziehungsweise dass ich nicht jedes mal irgendwie 50 million verschiedene videos so dann habe und dann nicht mehr weiß was was ist und so dann muss ich nämlich auch jedes mal noch mal reingucken aber das ist ja mein problem soll euch ja eigentlich groß interessieren ich wollte euch das nur erklären genau mein plan ist jetzt ich werde gleich noch mal ein bisschen in die mine gehen da noch mal ein bisschen hoffentlich zeug rausholen gerade den stein dass wir das dach fertig machen können dass wir zumindest schon mal unsere kleine wohnung haben dann werde ich jetzt gleich mal auch noch gucken dass wir noch ein bisschen sand holen hier hinten und dann hoppen wir mal dass das feld zu langsam anläuft dann werden wir gucken dass wir uns vielleicht noch in dieser folge schon mal hier ein sound rum bauen dass das hier unsere farben so ein bisschen ergibt so ist zumindest mein plan naja wir schlafen erstmal noch hunde diesmal ohne musik weil irgendwie spackt spotify auf diesem pc rum ich weiß nicht ich habe so viele probleme damit der hat so wenig ich weiß nicht ob es jetzt hier am arbeitsspeicher liegt oder so keine ahnung da würde ich mal sagen dass wir erstmal in die hölle gehen ja ich glaube ich werde hier erstmal vor euch pausieren dann erstmal wird jetzt erstmal runter in die hölle gehen noch ein bisschen sachen fahren und dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich dann zurück bin bis gleich so jetzt sind wir wieder auf dem rückweg ich hab noch ein bisschen eisen hier gefunden jetzt eben ein bisschen stein abgebaut hat mir schon mal die dinger hergestellt dass wir dann gleich das dach fertig machen können mal gucken wie viele von mir den brauchen ich will jetzt nicht alle auf brauchen ich will vielleicht weil ich das gestern noch in der aufnahme gesehen habe aber ich will die immer noch mal nach nachdem ich fertig bin noch mal komplett durchgucke dass da auch wirklich alles stimmt dass nirgendwo irgendwie ein fehler drin ist habe ich mir das jetzt noch mal durch habe ich mir das gestern nämlich auch gesehen dass man auch aus diesem stein hier aus diesem polierten tiefschiefer dass man daraus ähm äh mauern herstellen kann finde ich so schwarz so schwarze mauer vielleicht finde ich schon richtig geil wo ist denn dieses scheiß skelett das habe ich jetzt schon die ganze zeit ja und wie gesagt also das mit spotify das ich weiß nicht der pc ist damit vollkommen überfordert keine ahnung ich muss unbedingt mal gucken dass ich dass der irgendwie dass ich dem irgendwie ram erweitert dass sich da irgendwas besorgt dass der irgendwie ich glaube da hat jetzt 8 gb ich glaube ich muss gucken dass ich irgendwie auch 16 gb erweitern kann das ist echt das ist schlimm das ist einfach nur nervig dass der halt kein meter irgendwie ein bisschen puffer noch irgendwie hat da würde ich auch gerne aber da ich weiß nicht da muss ich gucken dass ich dem irgendwie in so eine art pc werkstatt oder sowas gibt dass das gemacht wird dass der auch noch ein bisschen ähm dass ich auch den speicher umbauen das von hdd ich weiß es familien aber ich code schurvé ja ich glaube schon noch auf sd d sdd ist den Hessischrunde ich mein denke ich mein Projekt Ah, das will ich noch gucken. Ähm, machen wir erstmal die Hälfte, ich glaub das sollte lang, zwölf Stufen, nein das wird nicht lang, glaub ich nicht, seh hier noch komplett hoch. Moment, ich muss mal eben kurze Fackeln machen, äh, Axt, Pegax. Ich weiß auch nicht warum in den Aufnahmen, also jetzt auf OBS sich grad das nicht so rumruckelt mit der Maus hier, aber wenn das fertig ist, zuckt die Maus immer so komisch rum, ich versteh nicht warum. Ja, das sag ich auch seltsamerweise, alles nur in Minecraft. Das Spiel ist einfach schon zu alt. Naja, ich glaub wir müssen alles aufbrauchen, ich, ja, das wird nicht lang. Ich mach nochmal eben eine Erde hier drin, sicherlich, ne. Eine Bautreppe mal bauen, dass wir da wieder hochkommen. Das wird, glaub ich, nicht lang, oder wird genauso gerade aufgehen. Ne, hier fehlen nämlich auch noch zwei Stufen, hier dann nochmal zwei, sechs. So. Ne, das wird nicht lang. Ja, hier noch irgendwie was drinnen davon. Ich glaub, das müsste der Stein sein, ne. Hier tiefer hier immer noch ein bisschen was. Räuchte nochmal mindestens sechs Stück. Äh, ne Quatsch, acht. So. So. Äh, das sollte jetzt theoretisch lang, ich hoffe es, ich hoffe es, äh. Äh, hier kann ich jetzt nicht, dass... Na, mach das weiter runter. So. So. Dann ist das Dach jetzt auch fertig. Erstmal. Dann eben noch Zäune machen. Na genau. Wegen wir uns zuerst mal schlumen. Jetzt mal ein bisschen schweier Bubu machen. So. Ähm, wie bauen wir jetzt den Zorn hier drum rum? So. 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 . So. So. . So. 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 so cool zwischen zwei Berg. So. 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 so cool zwischen zwei bägen ist halt geil man braucht sonst nie wieder zwei arme die macht man sich eigentlich grundsätzlich wenn nur wenn man sich hier so endlich grill machen dann lassen wir das mal frei dass wir so einen kleinen gang haben so nein quatsch wir sollen haben wir dann dicke lang das wollte ich eigentlich nicht mehr doch dass wir von innen dann auch rein können dass man jedes mal außen rumlaufen wir haben keine kohle mehr drin wenn wir erstmal recht bin das erstmal was haben wir noch holz haben wir noch zwei türen das wetter mal weg jetzt haben wir einen punkt erreicht wo dieses häuschen zu klein wird ja habe ich ja jetzt hier wieder vor der tür wieder ein stiegspunkt gesetzt sehr schön haben wir das schon mal gemacht dann holen wir uns da oben gerade die samen weg dann haben wir da welche die schon ausgewachsen sind die sind noch nicht ausgewachsen dann warten wir immer noch mal bis die komplett durch ausgewachsen sind alle also soweit alle zumindest die jeweils schon soweit sind und dann können wir ja gleich ein paar mehr anbauen dann haben wir schon mal mehr dann haben wir auch gleich noch mal ein bisschen walze falls wir was zum essen wieder brauchen dann brauche ich karotten für schweine ähm und noch ein paar sagen für die hühner so dass er kann war ja gar keine axt ähm und noch den eben ab wenn wir ein bisschen holz auf vorrat haben so 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 ja das geht schon für tier machen wir hier eine fackel hin auch eine fackel hin sieht scheiße aus ne muss man hier damit ich auch irgendwie gucken dass man da eine fackel hin macht 2 2 4 1 2 2 3 4 2 ja guti machen wir das auch dann ist das beleuchtet ach komm wir bauen die scheiße jetzt einfach ab ist mir jetzt wurscht 2 2 3 4 wir waren doch schon ausgewachsen 2 3 3 4 4 4 5 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 6 5 6 8 9 9 10 10 10 11 10 11 11 11 11 10 10 11 11 15 15 16 17 20 so das ist schon mal der weg zum hülleneingang machen wenn wir gucken dass wir hier dann auf dem weg immer auch so einen pöller hinstellen von denen hier auch wackeln draufbauen das ist jetzt erst mal so zumindest steht das haus erst mal so das bietet sich hier eigentlich gerade so gut an oder machen wir da unser lager das hier dann ist lager da wurde ich mich schon wieder raus machen ja wieder zu wir hatten jetzt hier drei nach hinten 1 2 3 so von außen wieder zu mit so ein bisschen hübsch zu machen alles gut funktioniert so hier hätten wir noch ein bisschen ärter dann können wir die gleich da noch verwenden so ich brauche nur noch die eine Fackel jetzt oder was oh man okay du mir wieder die Hälfte vergessen ähhhhh kipp mal da so tipp 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 ja so jetzt mal wieder 16 so machen wir nochmal eine ich bin ja eins zu weit hinter das kann man ja dann hier dann dementsprechend ein bisschen aushöhlen und sehen was ich das verkleiden werde ich denke ich werde einfach hier irgendwie so eine Mischung aus hier äh na gebratenen Stein und Bruchstein machen das ist so ein bisschen bröckliche äh bröcklichen äh look hat aber das werden wir jetzt alles erst die nächste Zeit machen soviel haben wir jetzt noch gar nicht was mehr einlagern müssen nur das einfach dann irgendwann mal die Zwecke die Kiste da aus dem Haus verschwindet machen wir uns hierfür auch noch gleich zwei Türen weil wir müssen eigentlich zwei haben ne dann habe ich momentan eine Masse hier genau ich stehe nur dass das hier auch noch Stein ist gut dann lassen wir das erstmal so haben wir auch jetzt 26 Minuten ich denke mal das langt erstmal haben wir jetzt die Folge ein bisschen was gemacht das Haus ist soweit fertig den Garten haben wir uns jetzt angelegt äh das Haus hat Glas das ist soweit erstmal sicher ich glaube hier das will ich noch eben machen ich glaube hier machen wir auch noch mal ein Fenster rein ähm ähm das hab ich nicht mal im Momentar wo ist das garst hier doch hatte ich ja im Momentar nur unten auf der Schnelleiste jetzt mal hier vorne so guck ach das war ein nicht hübsch aber selten so das räumen wir jetzt nochmal eben hier rein das kann man eben schon mal braten lassen das rein das rein das rein das rein das hier hin das rein das rein gut alles klar dann hoffe ich euch hat der Part gefallen dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder Bye-bye . . Vielen Dank.